Du hast es gerade angesprochen, währenddessen geht der Krieg ja weiter. Paul, deine Einschätzung, ganz konkret nochmal nachgefragt, wie ist denn gerade die Situation an der Front? Salushni, der ehemalige Oberbefehlshaber, hatte es schon vor Wochen als PADT beschrieben, also dass beide Seiten nicht wirklich vorankommen. So ist es auch, wenn mit Einschränkungen Avdijevka, der Ort, um den am heftigsten gekämpft wird, da kommt Russland zumindest teilweise voran. Da ist man im Straßenkampf, da kann es sein, dass Russland tatsächlich in den nächsten Wochen, Monaten diesen Ort, so wie einst Bachmut, dann übernimmt. Natürlich mit sehr, sehr vielen menschlichen Opfern, auch auf der russischen Seite, also zehntausenden russischen Soldaten, die dort umgekommen sind. Aber über dieses Thema haben wir schon häufiger gesprochen. In Russen scheint das eben nicht so viel auszumachen, beziehungsweise Wladimir Putin und seinen Generälen, ist es relativ egal. Abseits von Avdijevka ist es so, dass der Stellungskrieg erbittert weitergeht. Mit Vorteilen auf der russischen Seite, mit Vorteilen meine ich vor allem Artilleriemunition. Und das bedeutet, dass die Zahl der Opfer der Ukrainer größer ist. Was große Offensivbemühungen, also der Versuch zum Beispiel im letzten Jahr mit Gegenoffensiven voranzukommen, da gehen Militärexperten und auch Generäle, mit denen ich sprechen konnte, eher von einer Phase ab Sommer aus, also dass ab Juni erst wieder größere Operationen mit dann möglicherweise mehr Landgewinn passieren könnten. Und das wäre, wenn die Ukraine eben nicht besser ausgestattet wird mit Munition, tatsächlich dann eine kritische Phase, wenn Russland versuchen sollte, dann eine eigene große Gegenoffensive hier durchzuführen. Danke, Paul, für den aktuellen Überblick. Vielen Dank.